ja sorry hallo und willkommen zurück zu child of light da kam das gerade auf einmal direkt wo ich aufnahme anfangen ich fasse es nicht ich glaube wir waren hier unten genau und ich bin jetzt wieder ein bisschen fitter so sieben stunden später oder so und dann werde ich mal schauen was hier unten so abgeht oder gegen feuer wie hier oder was was habe ich überhaupt ausgerüstet hier sondern kann ich das vielleicht mal ein bisschen anpassen auf wasser attacken das werde ich so lassen das würde ich auch so lassen ob ich irgendwas schönes was ich hier ausrüsten kann feuer widerstand das wäre es ja vielleicht kann ich ein paar okkuli bauen ein paar größere hier siehst du mal hier auch ich vielleicht am besten ein paar mehr bauen weil dann ich bräuchte theoretisch ja doch zwei stück ach ne die ach so die hat jetzt ok ok und das hier da bräuchte auch nur so einen roten mal wenn ich das jetzt ich dachte die hat den roten wer hat denn jetzt den roten so die hat jetzt keinen roten was mache ich denn da gebe ich so ein obwohl ich weiß gar nicht ob ich sie benutzen werde kann ich den hier auch kann ich ihm den hier auch geben und hier den hier so weil ich ihn hier ja sowieso benutzen werde bei sowas so mp mp ist ok so gebe ich mir auch so eins ist besser ein pp lp ja 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 lasse ich erstmal so ich sollte mal ein bisschen denken gehirn einschalten oder tot jetzt noch was gib mir das Ach, sehr geil Hey, Moment Ich sollte das, glaube ich, öfters mal ein bisschen Äh, nein So, was wollte ich denn damit jetzt machen? Ihr geben Oder habe ich drei Stück davon? Ich habe drei Stück davon, aber Das macht auch keinen großen Sinn In seinem komischen Keller hier Ja, legt mich doch am Arsch Was ist das denn für einen merkwürdigen Keller? Oh, geht es direkt in so einen Kampf Ja, scheiße ist Äh Ach, das habe ich völlig vergessen Ja, nee Stein Halt die Fresse Ach ja Ich sollte mal rechtzeitig reagieren Handeln Wiederbeleben Ja Ja, nee Ist klar Also, ich habe überhaupt kaum Chance hier, ne? Natürlich Geht Rubella jetzt den Arsch Alter Was soll ich denn machen? Großartig hier Alle halbwegs tot So, tränken Ähm, meine, äh, meine, äh, meine, äh, meine Äh, das ist alles schwierig Ich nehme mir erst mal so ein Heilungsding Ja Irgendwie blenden oder so Ja, kritisch nicht Verleck mich doch am Arsch Direkt wieder für den Arsch hier, ne? Natürlich Jetzt muss ich aber Dingens hier wieder beleben Und dann tausche ich sie einfach mal aus Unterbrochenfeuer ist Natürlich Alter, ist denn das zu fassen? Nö Nö Kann ich das irgendwie bearbeiten? Wer startet? Das kann ich nicht anfangen Äh, nicht aussuchen Nö Vielleicht sollte ich erst mal hier Hey Achso, hä? So Da ist noch so ein Viech Ich werde mich hier besser noch Erst mal umschauen Da ist noch was Zu Achso, ich muss da durch Ich bin mal gespannt, was hier hinten ist Im Moment komme ich auf das Kämpfen nicht so richtig klar Muss ich hier jetzt alle vernichten? Anscheinend Ach, da ist eine Tür Warum sehe ich die nicht? Achso Hahaha Was bin ich doof? Weil ich blöde bin So, ich mach ihn hier erst down Ich kann das auch nicht abwehren oder so Das ist alles alleine Achso, falsch Achso, falsch Schnauze da Schnauze da Lass doch Rubella in Ruhe Alter Muss ich wohl einen Trank reinziehen hier Zack Nein Hier Monsun Immer noch Alter, die Fresse da Vielleicht sollte ich ihn austauschen Na Ihn hier Mit dem da oben Ich würde ihn einmal mal wieder schaffen Irgendwas geschissen zu kriegen Oh ja Jo Jo Läpp mich doch am Arsch, du Ja Ja, komm Machst du da oben Oh ja Ich würde mal ein bisschen denken Das würde ich Bisschen Wenn ich ihn da hinten jetzt unterbreche Er ist schwach Ja Hä Konter Leck mich mit dem Konter Zu spät Das kriege ich so nicht gebacken Ja Natürlich Anstatt als ich austausche Nein Ich bin blöd Hier Ja Tacke Auf die Fresse Natürlich Ich kenne so Massenangriffe Aber das geht hier nicht Halt doch die Fresse Bin ich zu doof dazu Oder sind die einfach zu stark Was macht der da oben Ich bin So er hier Ja. Ja, natürlich. Hier, da, zack. Erst hat irgendwas explodiert. Mal wieder. So. Heilung. Ich muss so sagen. Und den da. Ja, lädt mich doch. Unterbruch, natürlich. Hier, da, mach doch irgendeinen von denen. Einen Arsch, Alter. Ja, natürlich. Hier, mach ihn endlich kaputt. Äh, 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 äh. Der kotzt mich mal richtig an. Natürlich. Was geht's los hier? So können sie das. So können sie das. Ausgewichen, sehr schön. Ja, man, leck mich doch am Arsch hier. Und wechsle ich den hier jetzt ein gegen... gegen... gegen Aurora. Es scheint mir irgendwie sehr schwach zu sein, ne? Guck, jetzt halt die Fresse da. Wird ich vernichten. Jetzt. Was macht er jetzt? Oh, okay. Oh, okay. Ja, kann ich grad nix großartig tun, ne? Oh, okay. Dafür hab ich keinen... Nicht genug MP. Ich fass es nicht. Oh ja, komm. Sollte ich keinen mal tauschen. Ja, Rubella ist scheiße. Die hier ist scheiße. Er ist gelähmt. Ja, jetzt auch hier. Fuck. Alter. Schnauze da. Äh, gegen den kann ich sowieso jetzt nichts mehr machen. Komm schon, auf die Fresse, warte mal. Ach, die sind beide fast hin. Gebrochen. 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 Ah! Hey, ne. So einer hier. Hier. Sehr geil. Handeln, handeln Da Machen kaputt Ah, Konter, du mit deinem Scheiß, Konter, halt die Fresse doch Ach, zum Glück Oh, oh